Ja, und herzlich willkommen zu Kingdom of Amalur mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Eigentlich heißt das Kingdoms of Amalur. Was macht der da? Der haut da irgendwo gegen. Der hat meine Deckung durchschlagen. Das ist ein Ende. So. Dem hat er widerstanden. Aha. Ohohohoho. Ich bin weg. Das ist ein Ende. Ich denke, er widersteht. Jetzt hat er mich. Dieser hat aber... Oh, ein ganz schön großes Maul. Geh mal weg, Troll. Die beiden hatten hier aber nichts. Was hat der denn hier gemacht? Ach, den Schatz feststeht. Da wollten sie ran. Hier, da ist um, der hat irgendwo landen. Rüstung? Jetzt habe ich Rüstung. Das war's schon, ne? Gut. Accessoires. Medaillon der Duel landen. 10% mehr Schaden plus Volltrefferchance. Was habe ich jetzt? 30% mehr Leben. 10% mehr Leben. 30% mehr Mana. Wir machen das mal. Es wird's vielleicht gar nicht mal so... Falsch. Oder... Oh, doch. Egal. Probieren geht über... Studieren. Hier sollte doch irgendwas neu sein. Hier ist noch nichts neu. So, ich habe genug geguckt. Weiter geht die Reise. Ja, ich habe das Mikro mal ein bisschen lauter gestellt. Irgendwie seltsam. Aber so ist das eben manchmal. Da muss irgendwo was sein. Da, der will laufen. Stulten der Legion. Sorry. Ich bin hier die ganze Zeit nur im Inventar. Ich merke das schon. Stahlstulten. Die Mana-Trank kann ich nicht nehmen. Schade. Ach, sie geht's nicht. Der ist tot. Boah, das ist unfair. Oh, ich habe was anderes gewählt. So, einer bist du? Bärmlich. Die Tuater scheinen die Trolle mit dem Prismere zu verderben. Ach so. Das ist ein Ende. Okay. X, 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 X. Oh, ich schaffe es nicht mehr. Oh, halt durch die Schnauze. Gute Arbeit. Ich weiß. Habe ich Mana verbraucht? Nein, aber ich habe Energie verbraucht. Wisst ihr was? Davon habe ich ja genug. Und jetzt müsste ich den nehmen können. Nein, ich kann ihn nicht nehmen. Scheiße. Hört sich ein bisschen komisch an. Gold. 75 Gold durch das Talent Sinnesschärfe. Oh. Ich werde hier noch reich. Dann kaufe ich mir einen Benz. Ha, ha, ha. Nee, den gab es hier noch nicht. Der war noch nicht erfunden. Es sieht aus, als wären die Tuater hier schon lange am Werk. Wenn sie so weit ins Landesinnere vorgedrungen sind, schweben wir alle in großer Gefahr. Warte mal. Einfacher Zauberflug nehme ich einmal. Und das auch. Das war es mir wert. Oh, wo ist er? Komm gar nicht dazu. Spring doch mal beiseite. Wo ist sie denn? Au. Au. Der ist zu schwer, den bringe ich nicht angezogen. So. Ja, plündern. Stiefel der Weite. Jetzt nehmen wir einfach wieder... Geht das jetzt? Äh, ah. Nein! Tut mir leid. Äh, ja. Inventar, Plunder, nix drin. Ich habe hier irgendwas aufgenommen. Primitiver, ja, den habe ich ja an. Primitiver Eisenkürers, der kann doch weg. Die hebe ich mal noch auf. Eigentlich ist das Blödsinn. Weg damit. Von der Kinds. Den kann ich aber denn verkaufen. Ist doch jetzt auch egal. Ich benutze die Schilde sowieso kaum. Großer Heildrang 6. Die habe ich ja einfache Alchemiekunst. Die brauche ich jetzt ja nicht. Was ist das hier? Verstohlenheit. Einfache Schmiedekunst. Einfacher Pferdenlesertrank. Einfacher Zauberfluch. Ja, den haben wir. Dreifache. Einfache Erfrierung. Magier Intelligenz. Sorgt für eine geringe Erhöhung deines Gesamtmaners. Aha. Das ist auch nicht schlecht. Hm. Ach so. Oh, blöd Mann. Ich muss ja noch was klein machen. So. Und dann wollen wir mal gucken. Stiefel der Weite. Dann kann ich den hier auch mitnehmen. Den kann ich ja immer noch zum Plunder tun. Stiefel der Weite. Stiefel der Weite. Rüstung. Die sind hier unten. Stubender Blitzabwehr. Stiefel der Weite. Weg. Silberner Talisman. Das ist ein Schild? Aha. Da, warte ich lieber auf den hier. Was ist das hier? Hier ist ein Gemmenschleifaltar. Interessant. Das ist ja interessant, dass das hier unten ist. Aber wir müssen weiter. Wir folgen der Mission. Ich muss jetzt hier keine Gemmenschleifen. Ich wüsste auch nicht, dass das jetzt groß Platz macht im Inventar. Hat man nicht probiert. Zwei Thun. Ihr seid Schweine. Dietrich. Oh, ich hab nicht zurückgemacht. Ich hab eigentlich gar nichts gemacht. Aha. Eichenfaustschild. Die kann ich nehmen. Oh, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Oben der Balance. Funkelnde Magier. Ritt der Skychild. Die beiden Sachen würden mich schon interessieren. Hier ist vielleicht noch Gold drin. Hier nicht. Und hier? Seht ihr? Da waren wenigstens vier. Ich guck gleich nochmal nach. Ich guck. Ich schau jetzt erstmal. Was sind... Ach, das geht so auf. Ja, ich weiß. So. Inventar. Plunder. Kaputt. Ach, was soll's. Ich hab Platzmangel. Mal gucken, ob sich das auch gelohnt hat. Das nehmen wir mal. Und... Den. Äh... Die liegen beide nebeneinander, die Tasten. Deswegen verhaue ich mich da manchmal. Das ist mein Schwert. Da unten. Ja, seht ihr? Das hat sich doch gelohnt, den zu nehmen. Äh... Ne, Waffen sind jetzt hier nicht mehr. Rüstung war noch was. Da. Probe der Balance. Links. Gut. Weiter geht's im Plan. Da oben ist noch... Großer Klumpen! Chris Meher! Was haben ihr die Tuarte nur angetan? Er geht aber auch gleich auf mich. Ich konnte gar nichts machen. Oh, der Gnash mochte das nicht. Macht sie gar nichts. Sie steht nur da. Oh! Ich muss raus hier. Ich komm hier nicht raus. Jetzt. Die Zeit ist gekommen. Oh, schon wieder. Kann ich noch einen nehmen? Ja. Was ist denn das hier? Ich bin hier mal sowas. Das macht jetzt mehr Sinn. Ich komm gar nicht dazu. Wartet mal. Vielleicht ist auch eine andere... Waffe besser. Inventar. Waffen. Primär. Waffe besser. Oh, up. Okay, jetzt weg. Vorne bringt das nicht viel. Das bringt überhaupt nichts. Lauf da mal weg. Spring, spring. Ich kann den Schlag nicht aufladen, weil ich immer eine Genüsse kriege von ihm. Er holt aus. Jetzt haben wir ihn gleich. Spring weg. Oh, jetzt hat er mich doch neu erwischt. Ich dachte, das... Jetzt bin ich wieder dran hier. Au! Spring! Ein Stufenaufstieg. Oh, Gott sei Dank. Wir gucken gleich mal. Oh, Goldmünzen. Die können wir nehmen. Besatzlederstiefel. Ich werde gleich mal... Erstmal mich nur um den Stufenaufstieg kümmern. Also. Bannen. Was ist denn noch wichtig? Gämmenschleifen. Verstohlenheit. Überzeugung. Handeln. Schlösserkunde. Ich werde jetzt mal die Sinneschärfe... Die haben wir dann auf volle Pulle. So. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Da muss ich mir dann überlegen, was ich als nächstes weiter fortführe. Vielleicht das Bannen hier. Aha. Ich habe das eben gelesen. Ich lese das Bannen dann vor, wenn ich es auswähle. So. Macht. Raffinesse. Raffinesse brauche ich 13. Dank unglaublicher Zugkraft können deine Pfeile sogar dickste Panzer durchdringen. Ich mache mit dem Bogen so gut wie gar nichts. Der ist aber auch... Du webst einen Ausbruch von Schattenmagie. Drei Punkte verfügbar. Aktuelle Stufe. Angriff 2 von 3. Nächste Stufe Angriff. Bringt Ziele 5 Meter vor dir ins Straucheln und verursacht Körperschaden. Kosten 10 Mana. Und dann haben wir 13. Zauberkraft. Diese Mischung aus Kampfkunst und Alämpödie mit Chakrams gewaltigen Schaden zu verursachen. Das sind die Klingen. Das ist mein Stab. Erfordert 20 Punkte der Zauberkraft. Dann kann ich da was machen. Das ist mein Schild. Der ist ganz praktisch. Das bleibt. So. Inventar. Rüstung. Tut mir leid. Aber das muss sein. Weil ich kriege ja hier... Ah, hier. Azuri-Kait-Schild. Oh, das ist... Das ist wirklich gut. Dann tun wir den weg. Block 22 Schaden. Plus 20 Mana. Das behalte ich mal noch. So. Und... Waffen war, glaube ich, nix. Halt. Plunder. Ja. Obwohl das ja viel Geld bringen würde. Aber hier sind ja Sachen drin. Besatzlederstiefel. Die werde ich mir... Entschuldigung. Mal anschauen. Die Stiefel. Hände. Beine. Füße. Lohnt sich nicht. Plunder. Ich soll mich mit ihr unterhalten. Gut. Aber das hätte ich eigentlich auch gleich machen können. Ich blödmann. Wir nehmen natürlich wieder unser Schwert. So. Wir speichern. So. Und dann unterhalte ich mich mal mit der jungen Dame. Nicht schlecht. Ich weiß. Wie ich sehe, habt ihr nicht vergessen, wie man kämpft. Ich habe dir das vergessen. Aber es sieht dennoch übel aus. Ich hätte nicht gedacht, dass die Tuata so weit kommen würden. Zumindest nicht so bald. Ich dachte, die Tuata seien erledigt. Gnash hatte nie eine Chance. Ihr verschweigt mir was. Tue ich das denn nicht immer? Aber habt Geduld. Könnt ihr euch im Moment nicht einfach darüber freuen, dass ihr Nyralim und seinen Wald gerettet habt? Na los, redet mit dem Baum. Ich bin mir sicher, ihr lässt euch jetzt nach Üsa ein. Ich bleibe hier und erledige die restlichen Tuata. Halt nackt. Ihr könnt dem alten, bemusten Holzklotz allein davon berichten. Ich mache mich auf die Suche nach weiteren Tuata, die möglicherweise derart weit nach Westen vorgedrungen sind. Gut. Ich werde euch finden, wenn die Zeit gekommen ist. Okay. Ach so, wisst ihr was? Ich wollte hier mal gucken. Da ist was auf Null. Der Blitzsturm ist weg. Ich könnte da was zuweisen. Großer Helldrang, großer Mana-Trang. Die habe ich doch, ne? Den hatte ich da unten. Gut. Kommt davon, weil man nicht mehr weiß. Machen wir es so. Wir müssen ein wenig Platz schaffen. Ich habe genug zum Süffeln. Mein Symbol dort ist jetzt weg, das Violette. Ja, die sind harmlos. Ich muss sie nicht. Ich muss nicht alles kaputt hauen. Ja, die Macht einer Scherbe wird durch ihre Einheit bestimmt. Ja, eine trübe Scherbe ist dann anscheinend nicht so rein. Hat man vor euch nie irgendwann mal seine Ruhe? Ist ja lästig. Wo denn? Ach da. Ach, da ist noch ein dicker. Was ist das hier? Nehmen wir erst mal. Oh, der haut mir aber. So. Borker heißen die wohl, weil die aus Borker bestehen. Die hätten Stolpen. Dein Inventar ist voll. Schon wieder. Wartet mal, ich kann ja einen Mana-Trang trinken. Ich weiß, dass das nichts bringt. Kann ich jetzt was nehmen? Zum Beispiel den. Das verstehe ich nicht. Ich habe einen getrunken und trotzdem ist mein Inventar voll. Was gab es hier? Hier gab es was. Die kann gleich weg. Halt. Ich vergesse immer, der Plunder ist hier drin. Das Problem ist, wenn ich so voll bin, habe ich auch nicht viel zu verkaufen. Kettenstulpen. Den gucken wir uns die nachher an. Jetzt gehe ich nicht schon wieder ins Menü. Ich mache das jetzt offline. Weil ich werde jetzt eine Pause machen. Wo müssen wir überhaupt hin? Da ist noch eine Mission. Da. Und wo bin ich? Wo bin ich denn? Ich sehe mich gar nicht auf der Karte. Bin ich blind? Anscheinend bin ich blind. Von Blindheit geschlagen. Ich bin hier nicht drauf. Das ist mein, mein Pfeil. Aber wo bin ich? Wo sind wir? Na, das werde ich mal in der Pause erkunden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.